Die erste Für F1 Und das vergleiche mal hier die von Veko, die Knatterbälle, die werden bestimmt besser sein als die von Funke Ja doch, die Menge macht's Okay Geht doch Ja so machen die Spaß, so ist gut Genau, oder hier ist ein Defender, die sind auch ganz gut Noch gucken wohin Der Geruch Boah So der Halt ist gut Mal gucken ob die springen Ah die B sind besser Aber die riechen genauso gut Ja die sind ja geil Und schon habe ich die erste, den ersten Funken Aktuelle Pyrocracker von Veko Man soll ja auch den kleinen Kram würdigen Ja Aber man muss ja erst so eine Röschung mit den kleinen Sachen machen oder was? Die haben auch ihre Richtigung Natürlich Sind doch ganz gut Wie so ein Buch, was man zusammen drückt Die sind ganz gut Ich bin ja erstaunt Was ist da denn los? Aktuelle Charge Fire Event Super 2 Ach alter Und? Geil Gut Geil Aber nicht Nicht vollständig geschnipselt Ne Es ist so Ja Cobalt Cobalt Fontaine Die alten Kennst du dich? Die schaut ja geil aus Da sind kleine Paketcracker drin hier Echt? Ja, erst Fontaine und dann knallt's Jawohl Dank Ja genau Oh Boah Aktuell ne sind die Na ja War ein Schwach Aber der riecht so wie früher oder? Ach ja 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 Welche Ja 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 Und Ja 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 Das ist Schön. Jetzt kommen die A-Böller. So, jetzt kommt der Panzer. Willst du echt schon das Finale zünden von heute? Dann hau raus. Ich hau es raus. Ich habe nur einen dabei. Wow. Also er sollte sich bewegen.